einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zu einem pokémon ultramond giveaway auf diesem kanal das zweite um genau zu sein und ihr habt schon richtig gesehen die shiny disco kugel ist heute da sechs stück habe ich an der zahl für euch und zwar shiny komplosio okay ich war anfangs überhaupt kein fan von dem pokémon dachte mir what the hell gamefreak aber ich muss echt zugeben ich finde es jetzt total cool werde es wahrscheinlich nicht so benutzen weil ich nicht so der ultra also der bestien typ bin ultra bestien typ und auch nicht der legendäre typ bin aber wenn ich in der liga mitspielen sollte dann sind legendäre pokémon natürlich auch mal von vorteil aber das ist ein ganz anderes thema so hier sechs dvs bam komplett geil battle ready komplosio und guckt euch mal den spezialangriff an bitte heftig heftig das ding so mit dem wahlschall ausgestattet ist nicht das schnellste pokémon deswegen ist der wahlschall relativ effektiv wir haben jetzt zwei steps und zwar den flammenwurf und den spukball die noch mal heftig verstärkt werden wegen step trickbetrug um sag ich mal kapokime auszunocken was ich gerade hoch boosten will mit gedankengut beispielsweise ist natürlich dann relativ gut weil komplosio nicht unbedingt was in kapokime machen kann wenn es speziell defensiv ist aber mal sehen ne und dann noch die psychokinese für zum beispiel vor machomai mit offensiv feste jetzt als beispiel ist dann psychokinese vielleicht gar nicht so bad man könnte es auch spex spielen das wäre aber noch mal das wäre so krass aber ich habe mich jetzt für die wahlschall also die wahlschall variante ist einfach im moment sehr effektiv und ist gerne im meter im moment gesehen also das ding könnt ihr wirklich competitive gut verwenden es wird im moment relativ häufig sogar gespielt habe ich so mitbekommen das andere pokémon was ich da verlost habe ist er jetzt sogar im uber gelandet hätte ich nicht gedacht gedacht okay oju weil das ist so für mich ein bboy in spezieller version aber das ist ein ganz anderes pokémon wir sind hierbei komplosio bei der shiny disco cool okay ihr könnt es gewinnen wie wie ist jetzt die frage ich mache das ganz anders nicht so nicht so johin ist abo da lassen müssen leichter lassen junge dann hätte ich 600 abonnenten oder so das ist jetzt vielleicht übertrieben aber so möchte ich euch hier nicht zwingen mich zu abonnieren oder sowas das ist natürlich kompletter schwachsinn so und zwar ist das so ich werde natürlich jetzt ein paar mehr giveaways machen also ihr könnt natürlich mich auch weiterhin verfolgen wir haben das souling am start die unfassbar gestört ist wifi battles gehen jetzt auch jeden moment los ja auf jeden fall dranbleiben gut also ihr könnt es gewinnen und zwar müsst ihr einfach nur einen kommentar schreiben mit dem hashtag den ich gleich erzählen werde den ihr schreiben müsst um dieses pokémon zu gewinnen und ich werde mich in den kommentar ein bisschen zurückziehen und wenn ihr gewinnen sollte dann teile ich euch das mit in einer form von einem herz dann kriegt dann so eine nachricht joe nero hat euch ein herz gegeben beispielsweise jetzt an x roffel hd raupi lp zum beispiel schreibt jetzt hashtag neo unleashed das ist der hashtag ich blende noch mal komplett hier ein damit ihr den in die kommentare so schreiben könnt hashtag neo unleashed und ja der kriegt ein herz und dann melde ich mich bei ihm joe herzlichen glückwunsch blablabla wann hast du zeit dann gebe ich dir das shiny komplosio es hat beim letzten giveaway semi gut funktioniert und zwar hat sich maxim noch nicht gemeldet und timebook hat dem muss sich auch noch melden ja das ist so noch jemand glaube ich ja dann also die pokémon habe ich alle noch natürlich also die werde ich jetzt nicht irgendwie löschen nur weil ihr euch nicht kurz nicht meldet oder so aber es wäre schon vorteilhaft wenn ihr euch meldet und sagt joe wann habe ich zeit blablabla dann kriegt ihr dieses shiny komplosio so und die leute die den vorteil haben das sind die aktiven leute auf diesem kanal weil hab keinen bock jetzt so ich bin kleinerer youtuber und es ist relativ schwierig heute noch groß zu werden als kleinerer youtuber und deswegen ist aktivität auf einem kanal relativ wichtig und deswegen sind die aktiven burschen die menschen auch ins auge fallen natürlich ein bisschen ja wenn ein bisschen mehr belohnt dafür dass sie halt aktiv auf dem kanal sind natürlich sind auch die leute die nicht auf dem kanal ja aktiv sind die kann natürlich auch schreiben hashtag neo unleashed und ich werde auch nicht nur den aktiven leuten das schenken also es gibt auch leute so zum letzten mal habe ich auch ein zwei leuten halt auch anscheinend gegeben auch wenn die nicht aktiv sind sondern sie könnten auch jetzt posten den hashtag hashtag neo unleashed auch mal eingeblendet und dann wünsche ich euch viel glück haut da rein und in den kommentaren sehen wir uns dann wieder ich freue mich aufs nächste giveaway haut da rein und ciao na die spitzel na die spitzel so bleibe ich aktiv einer nachdem und dann sechzehn da klick klack die bogen magazine es geht im Vielen Dank.